Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen Train Valley 2 unter die Mission Die Burg. Da brauchen wir 12 Minuten 30 für drei Sterne. Wir dürfen keine Loks verbessern und wir dürfen nicht mehr als 15.000 abreißen. Und wie immer fange ich damit an die Ressourcen zu verbinden. Die Karte ist jetzt ein bisschen trickier, aber ich schaue mal gerade. Wir haben einmal hier Ressource, das ist das Kupfererz. Das werde ich hier einmal so anbinden. Und hier oben haben wir Sand. Den binde ich hier so an. So. Dann haben wir noch 13.000. Da könnte ich jetzt noch hier sehen, dass wir die Kohle hier anbinden. Das müsste eigentlich noch klappen. So, da haben wir sogar noch 6.000. Mit den 6.000 könnte ich hier versuchen, die Glaserei noch anzubinden. Ich weiß nicht, ob das hier klappt. Doch, das würde klappen. So. Und dann geht es wieder fröhlich los hier. So. 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 Das war's. So, was können wir jetzt noch anbinden? Das geht von hier nicht. Das müssen wir von hier hinten anbinden, oder? Nee, hier runterkomme ich. So, dann haben wir das noch angebunden. Da muss ich auch hier noch so ein Stück setzen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann müssen wir gleich hier eine Brücke bauen, um halt diese Streckenteile zu verbinden. Das war nicht gut. So, wie viel Kupfer brauche ich? Ach, eigentlich. Okay. So, wie viel Kupfer ist? Und jetzt werde ich hier schon mal Kupfer transportieren. So, kann ich auch hier wieder neue Leute reinsetzen. Super. Und der Sand, der muss auf jeden Fall hoch. Ja, das reicht noch nicht. Und das Erz muss auch hier hin. Okay, das muss ich dann auch hier entlang transportieren. Hm. So, kriegen wir jetzt den Sand hier Das klappt So, dann müssen wir den Sand auch noch nach oben kriegen Ich guck mal gerade, brauche ich hier irgendwo noch Leute? Da oben habe ich Hier habe ich auch Da kann ich noch Leute reinschicken Und hier in die Sandfabrik natürlich Hier brauche ich auch noch Leute Oh, da bin ich falsch abgewogen Äh, der Sand muss rum rein, genau Und das Glas muss hier gleich hin So, nochmal Und die Kohle muss ich noch da runter bringen Kohle, die kommt von hier Und die muss dann hier runter Und dann da rein Und die Kohle jetzt müsste auch noch rein Und dann So, hier kann ich schon mal Glas verschicken Dann haben wir das Glas auch schon raus Und die Steine können wir hier schon mal rausschicken Moment, Kupfer Ne, Moment, Kupfer muss nach da oben Da sind keine Steine Also nochmal zurück Glas haben wir hier oben genug Glas haben wir genug Aber da muss auch noch Glas hin Also können wir hier nochmal Leute reinschicken Und dann können wir hier obenijk Und dann können wir hier oben Und dann können wir hier oben 7. 7. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 14. 22. 24. 26. 25. 26. So, hier haben wir 4, 5, 6, 7, 8. Da muss also nochmal Sand rein. Und hier das Erz, da muss nochmal Kohle rein. Dann haben wir 8 Erz und 6 Glas haben wir auch. 6 Glas haben wir dann. Und die Steine müssen hier hinten noch hin. Und das war wieder falsch. So, da wird dann das produziert. Das passt auch. Und 6 Glas haben wir. Das Kupfer. Da kommt die Kohle. Haben wir dann auch. Und die Steine haben wir 6. Haben wir auch genug. Okay. Was, mal Die Steine haben wir auch 2. die steine runter kriegen hier, die müssen wir auch einmal rum und von der Zeit 12.30 Uhr wird wieder super knapp ich bin gespannt, also 60 Sekunden noch um hier diesen Parcours zu fahren das wird auf jeden Fall knapp 45 Sekunden noch 30 Sekunden noch und wir schaffen es hoffentlich so gerade, 50 Sekunden noch und da haben wir es geschafft, 5 Sekunden vorher, 5 Sterne, ja super dann vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es dir ein bisschen gefallen hat dann würde ich mich über ein kostenloses Abo von dir und einen Daumen hoch freuen und wenn es dir nicht gefallen hat, dann schreib doch mal was in den Kommentar und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bis dann, ciao